Und ganz herzlich willkommen auf meinem ASMR-Kanal. Ihr seht schon einen kleinen Anfang. Wir waren in Leipzig im Zoo. Und dann beim Reinfahren kam da schon das Wow-Effekt. Das sieht aus wie Wasser, ist auch Wasser, aber es wurde dann abgestellt. Wir waren auch überdacht. Jetzt kommt die Erde, Planet, keine Ahnung. Das wurde so schön erklärt, wo wir gerade uns befinden. Die Unterwasserwelt, man sieht das jetzt. So schön, traumhaft schön. Genießt einfach diese Farce. Entschuldigung, ist aber in meine Kamera gedreht. Ich hätte das Ganze mit dir auch drehen können. Da kam er dann auch auf der anderen Seite bei Dinosaurier. Das sah aus, als ob die gleich entgegenkommen. Das sah wirklich echt aus. Also da, man sieht es. Da noch mal. Da noch ein schöner Planet. Wow, 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 wow. Ich bin immer so flasht und begeistert davon. Also ich tue diese Farce da drinnen. Leipziger Zone, die ganz großen Kroana oder wie das Land heißt da. Na ja, da. Dusche sprühen. Das war wunderschön. Es gibt auch noch viele, viele Fotos. Aber ich dachte, ich nehme euch so mit erstmal mit der Bootsfrau. Die kommt dahin. Was schön erklärt. Wir waren einfach nur geflasht. Mit dabei war ich. Natürlich meine Eselnäßchen jetzt. Meine beste Freundin mit drei Kinder. Ja. Waren alle so geflasht. Davon, ich weiß gar nicht, was war das. Ganz genau. Was war das? Auf jeden Fall dunkel. Ja. Oh ja, das sah auch voll echt aus dann. Ja. Mega, 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 mega schön. Ich glaube, das war jetzt der Dschungel. Ich glaube, Afrika soll das sein. Oder so, keine Ahnung, irgendwas. Mega, mega schön. Ja, guck mal. Ich darf nebenbei noch ein paar Sounds mitmachen. Jetzt geht's gleich raus. Ganz raus. Achtung, jetzt erzähl. Nee, nee, nee. Ich dachte. Aber da hinten, doch. Da hinten gehs raus. Doch, doch. Schöne Wanns Das ist übrigens so viel Wasser, was da so rauskommt, dass da bestimmt Qualm oder Rauch darstellt. Das ist aber so Wasser, weil da hinten drin ist, so tropischer Regenwald. Jetzt geht's weiter, eigentlich jetzt, da war eine kleine Box zu stoppen. Ich glaube, da haben wir das Handy dann getauscht. Genießt die sofort einfach mit uns. Also meiner Meinung nach hätten die das länger machen können, was drin ist. Das ist meine Meinung. Aber fahrt selber nach Leipzig in den Zoo. Schaut da selber nach und dann tut euch selber eure Einblicke dort von überzeugen. Also ich selbst, also ich fand die Fahrt so richtig schön. Außer Frage. Ja, aber die hätten mehr so was drin. Jetzt wurde es drin, wo wir jetzt drin waren ganz am Anfang. Die hätten auch mehr machen können. Gerade auch, weil jetzt nur eigentlich nur die Fahrt kommt und nur grün und ja, man guckt hoch. Und die hätten da noch mehr Attraktion machen können. Finde ich auch für die Kinder. Ja. 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 Ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall außer Frage, es ist wirklich schön, ja entspannt. Ja, nun mal ein Eindruck, ein Druck, ein Blick, ein Blick. Entschuldigung. Wie es dann aussieht. Ähm. Also, wie gesagt, also so an sich ist die Bootsfahrt ja wirklich nicht verkehrt oder so. Aber sie hätten eigentlich mehr machen können. Wo wir drin waren ganz am Anfang. Ja, tschüss. Kleine Entchen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See da nochmal. Eine Entenfamilie. Ja, also. So war es ja ganz schön, entspannt und auch gut ein. Also. Klar, für 1,50 Euro. Ähm. Eine Bootfahrt ja. Was wir mal arbeiten. Ja. Vögel sind überall draußen umgeflogen. Ähm. Was nochmal. Eigentlich sollten wir ja Tiere sehen. Aber irgendwie waren die Tiere diesmal alle verschwunden. Keine Ahnung. Wir hatten mal Glück, dass wir einen Zebra gesehen haben. Wir hatten Glück, dass wir Giraffen gesehen haben. Elefanten haben wir gesehen. Ein paar Affen haben wir gesehen, ja. Ansonsten. Ja, die meisten Tiere waren halt gesteckt. Und geschlauere Affen haben so. Keine Ahnung. Ja, so an sich ist die Bootfahrt ja auch schön, ne. Einfach hinsetzen. Entspannen. Am besten bezahlst du 3 Runden, damit du die ganze Zeit entspannen kannst. Steigst du aus wieder und steigst wieder ein. Nein, Spaß. Ähm. Gut. Es tut mir leid. Ich nehme zurück. 2 Euro. Erwachsene und 1,50 Euro Kinder. Bis 16 Jahre. Das haben die auch durchgemacht. Das haben die auch durchgemacht. Bis 16 Jahre Kinder. Ja. Ich werde noch was einblenden. Noch ein kleines kurzes Video vielleicht noch holen. Da sind wir mit der Eisenbahn gefahren. Und so. Da sieht man meine Wenigkeit. So. Wie gesagt. Hier sind wir Eisenbahn gefahren. Ich fache auch so eine kleine süße Eisenbahn. Hieß Affen Bahnhof oder so irgendwas. Ja. Ich möchte jetzt nicht alles zeigen davon. Ich saß hinten dran. Ich bin 2 Runden mitgefahren extra. Um die kleine davon zu filmen. Ja. Ich hoffe euch hat es noch zum Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch mal angenehm. Abend und. Ja. Dann schlaft mal schön.